Sollollo, heute spielen wir wieder gutes altes Meister Builders mit den guten alten Flo und den Tobias. Die Meisterbauers! Tobes, ich weiß nicht was du gesagt hast, ich verstehe nur Bahnhof. Bahnhof! Äh, alright. Stone Brigarito. Ich auch, die Sterne, gell? So, ähm, ich baue einen ganz normalen Bahnhof. Kennt ihr immer die Striche da, wo ihr nicht drüber gehen dürft? Ja, diese... Oh! Ey, Tobes, glaubst du, es wird ziehen, wenn ich Hogwarts war? Diesen Hogwarts Bahnhof? Kriegst du nicht hin, Flo. Hogwarts? Ich hab nie, ich hab nie Harry Potter geschaut. Habt ihr irgendwie Harry Potter jemals geschaut? Ja, Alter, ich bin damit aufgewachsen, Alter. Ich war sogar bei, ich glaub, vier Filmen im Kino. Jo, meh, vier Filme. Mein Beileid. Ja, das war richtig geil, Alter. Aber ich find jetzt, die neuen Filme find ich auch übelst geil. Äh, magische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Das ist so ein Spin-Off davon, das ist richtig geil. Ach, das ist magische Tierwesen, wo sie zu finden sind? Oh, oh. Ist die Version... Tutorial. Tutorial. Tobes schaut sich gerne YouTube-Tutorials an, stimmt's? Nein, doch, doch, Tobes. Björn schaut sich gerne Bilder an, Bilder von Katzen. Schaut sich gerne Bilder an, Gemüse. Wenn Tobes genervt ist, geh da auf Google suche und da gibt ein Katzenbilder. Ja. Nach Rese, wie man es heute sage, sagt, Satisfied. Tobes schaut sich richtig gerne Bilder von Katzen an. Ja. Ich mag Katzen. Die Katzen sind total cute. Oh, oh. Ich glaub ich... Wenn du da so lachst, Flo. Ich glaub ich... Ich glaub ich hab grad... Weil Katzen, die wirklich cute sind. Ja, die sind doch cute. Außer die mutierten. Äh, welche meinst du? Meinst du diese Nacktkatzen? Ich glaub ich... Tollwütigen. Ich glaub ich hab grad die Reihenfolge von... Die, die so Schaum beim Mund haben. Ach so. Ja. Okay. Kennst du die nicht? Die schäumen vor Wut. Ja, genau. Die vor Wut schäumen. Ha, ha. Die Kinder haben nicht Tollwut. Besseres Aroma. Ah, okay. Aroma. Ja, Flo. Okay. Das denkt sich Tobes auch immer. Das denkt sich Tobes auch immer. Ja, Flo. Besseres Aroma. Ha, 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 ha. So, und wie sieht's bei euch aus? Ah, ich seh super aus. Danke der Nachfrage. Ey, bei mir ist es ein bisschen, ähm... Okay. Ich hab jetzt so ein Gleis. Und dann bei euch das... Nein. Hä? Nein, hörst du nicht. Tops, das geht nicht einfach... Man kann nicht einfach immer Nein sagen. Doch. Das macht Tobes auch immer. Überall. Jörn, frag mich mal was. Hallo. Tops, wie viele Nasenagre hast du in deinem Mund? Ah? 15. Ja. Ich weiß... Wie weißt du, Tobes... Weißt du das wahrscheinlich... Ähm... So. Ja, Jörn. Ja. Ja, Tobes weiß es. Jörn riecht gerne an... ...äppichen. Tops... Tops riecht gerne an, äh... Darnenzapfen. Ein Tarnenzapfen. Ein Tarnenzapfen. Tops... Tops kennt das nicht mal. Tarnenzapfen. Tops kennt das nicht. Tops weiß es nicht. Tarnenzapfen. Ja? Ein Tarnenzapfen. Ein Tarnenzapfen. Ey, Tobes kennst du... Tops kennst du das Wort... Ohrkrassel schwaf. Äh... Yeah, das bedeutet, wenn man ja ganz krank ist und... Und dann redet man und so... Ah, ja, Tobes. Das wurde in Deutschland einfach noch nicht erfunden. Schön, dass man da ist ja auch hinten Die haben ja auchhin ganz krankes. 前... in Deutschland haben die auch kein Ohhrkrassel Schwaf. Das ist eines der wichtigsten Wörter, den man lernen muss, wenn man österreichisch ist. Im täglichen Alltagsgebrauch hat man es auch drin. Okay, warum? So, weil ich es gerade beschlossen habe. Okay. Oh oh, ich glaube, meins wird nicht ganz fertig. Ich mache, glaube ich, keinen Zug. Mach den Zug? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es geht sich nicht aus bei mir. Das ist dumme. Mach so eine S-Bahn. Ich bin jetzt gerade beim Gleis und jetzt kommen die Seitenteile da. Da, wo man draufsteht und wartet. So. Ich habe jetzt nur das Warteding, das Gleis, das gebaut. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde es safe nicht schaffen. Ich werde safe keinen Zug schaffen. Ich werde auch keinen Zug schaffen. Aber egal, ein Zug ist nicht so wichtig. Ja, es geht um den Bahnhof. Richtig. Ich muss auch das Gesicht von Tobst machen. Und, äh, also musst du machen, als würde er nicht zuhören. Weil er versteht nur Bahnhof, verstehst du? Ah, Jürgen, witzig hören. Ich werde Tobst auch witzig hören. Ich werde Tobst auch wirklich krass hören. Ich teste gerade was aus. Das ist ganz gut. Das hilft für später dann. Ähm, Quarz, glaube ich. Ey, wie baut man das denn nochmal? Ja, Flo, du kannst nicht bauen. Hör auf. Oh, ich war schon wieder. Slap, ähm, alright. So, irgendwie wird man es schon hinhauen. Irgendwie. Es wird es ja sehr anstrengend werden zu bauen. Aber egal. So. Und wie sieht es bei dir aus, Tobst? Oh. Äh, warte mal. Das muss ich, äh, das wollte ich nicht. Äh, oh kacke. Ähm, äh. Hast du die Copy Funktion gemacht? Ja. Ich habe auch letztens gesehen, weil, Tobst, du hast dir irgendwann gesagt. Ah, nice. Tobst, du hast dir irgendwann gesagt. Geht das wirklich? Was? Ja, das geht wirklich. Nice. Alter, es funktioniert. Es gibt wirklich eine Retrie-Tröne. Wie macht man das? Wie denn, wie denn, wie denn? Oh, easy, Alter. So, Tobst hat Saving was falsch gemacht. Tut du so. Bam, Alter. Easy, Alter. Junge. Nee, ist wirklich, geht das oder ist das, ähm? Ich habe es mal bei Pro. Es gibt Pro Tools. Aber es gibt, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt irgendwelche Tools, aber ich kann auch irgendwie funktionieren. So. Das geht hier aber nicht. Ah, kacke. Es geht schneller, wenn ich jetzt einfach so in Manuel baue. Manuel, wenn du so in Manuel baust. So, und jetzt brauche ich hier noch eine große Uhr. So. Äh, erste Halbzeit schon. Du brauchst eine große Uhr, Sola. Ja. Ursula. Äh. Oh Leute, ich kann mit Köpfen richtig geil die Dings bauen. Oh, oh. So. So, kann ich denn. So. Alright. Ähm. Ich bin eigentlich fast fertig. Mehr oder weniger. Wo ich so relativ groß war da. Wo gibt es denn Zahlen? Äh. Ja, Flo. Gibt es. Gibt es sogar. Wo? Kannst du sogar machen? Ja. Geht wirklich sogar, Flo. Nee, nee, nee. Geh, 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 geh. Ich glaube, du bist nicht. Ich glaube, Tops in Gehirn ist gecrasht. Boys, boys, boys. Bitte. Äh. Wie soll ich eine Uhr machen? Ähm. Oh, oh. Oh, boys. Tops, sei mal leise jetzt. Nee, 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 nee. Das kannst du mir jetzt so nicht antun. So, hier. Wie soll ich eine Uhr machen, Leute? Äh. Äh. Ich mach glaube ich auch ein Automatenglas. Äh. 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 B-b-b-b-b-b. Das. Das ist ein kleiner Automatenboy, schnell. Ähm. Oh, oh. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, wei. So, ähm. ich glaube ich werde nicht fertig egal dass ich ein baum wird auch nicht werden item frame cookie boys es ist es ist mega nice das funktioniert also und klo hat mich am anfang mal ausgelacht als ich gesagt habe das funktioniert lever ja ich mache nur eine seite wo man richtig wir machen einfach weiße wolle und mit schwarzen köpfen und iron bar und harry potter ich habe eigentlich ich habe früher mal harry potter spiele gespielt die waren richtig geil die waren wirklich richtig geil nö warnt ihr nicht doch floh du kennst dich nicht auszulappen oh mein gott ich hab kein zack mehr ich auch nicht alter ich probiere das beste draus zu machen aber das beste wird nichts besser sein das beste wird nichts besser sein besser als die datos ich habe einen kurs ach warte mal kann es sein kann es sein Oh ja, so. Oh ja. Ja. Kondisch sein? Oh, die Uhr sieht richtig hart. Okay, ich mach euch noch ein bisschen ein bisschen. Also. Stimmt, MPCs. MPC, also M. Also. Ich werde safe nicht gewinnen. Ich werde safe auch nicht gewinnen, weil ich habe mich erstens mehr erkundigt, wie es mit dem Kupfer weiter funktioniert. Farbe. Easy, Alter. Ist jetzt noch Stairs? Alrighty. Trapdoor. So. Also eigentlich ist geht's, ja? Ich mache das jetzt auch mit Iron Boss. Ich habe jetzt einen wütenden, 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 wütenden Mobter, der auf den Zug wartet. Gar kein Zug ist da. Alle sind so wütend. Oh, oh. Aber Hauptsache, ich habe gelernt, wie man das Copy-Paste-Tool verwendet. Ey, damit kann man... Nein, ich habe kein Gras mehr gemacht. Oh, oh. Meins geht er. Ich meinst eigentlich voll nice. Was ist das? Es geht okay. Es geht Pup, okay? Es geht nicht... Oh, doch, okay. Es geht Pup, es geht Pup. Oh, der ist aus Stein. Was ist das? Ach so, ja, okay. Ein Pup ist drin. Kaka ist drin. Nein, Kaka, Kaka. Okay, okay, okay. Ich habe... Meins sieht so komisch aus. Alter, leg! Ich wollte eigentlich auch Gras das Untergrund bauen, aber... Alter, wir haben einen Meister. Super Pup. Also ich legge, oder? Alter, das ist ein Stuhl. Tops! Du legst nicht, Tops. Alles gut. Tops, du legst nicht. Was hast du? Das ist ein Wartestuhl. Ich glaube, das ist so ein Spielzeugzug. Ich glaube, ihr legt bei mir? Tops, du bist echt dumm. Ne, das ist aber legt, glaube ich einfach, Tops. Ist egal. Äh. Alright. Ähm. Da ist Quep. Quep. Was? Frag mich, YouTuber for free wins. Nein! Das ist bei der Schiene. Nein, es geht okay. Nein! Die Schiene... Im Wilden Westen, oder wie? Oder was ist das? Aber die Schiene sieht zu modern aus. Sie sieht zu modern aus. Es geht okay. Ja, das passt nicht. Schau, das ist ein Cowboy-Haus und sowas. Das Haus an sich ist cool. Das Ding kriegt es okay. Ja, ein Kacke ist drin. Ich wollte eigentlich noch Village das machen. Krass für mich, aber... Okay. Der Klaus lebt. Das ist meins. Oh, Leute, das hilft eins. Nein, mein Item-Frame ist beim Automaten. Sieh nicht da. Leute, bei mir ist der Eid-Docht. Ich seh die Item-Frame. Bei mir nicht. Bei mir ist es der Stern. Bei mir ist es auch noch. Bei mir ist es richtig cool an sich. Hey, die Uhr. Es geht. Ja, es geht. Hier gibt es einfach nur... Hier gibt es nur 8 U-Taten. Äh, ja, das ist... Wir leben in Amerika. Lol, was? 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 Oh, lol. Lol. Ich habe jetzt schon dreimal hintereinander liegen der. Oder viermal? Ich glaube, dreimal. Ey, das hier nicht. Das könnte Kumpf sein. Die Linie ist gut. Die Linie ist nicht von mir. Nein. Es liegt gut. Es liegt gut. Gut. Als ob ich... Die Linie ist echt geil. Als ob ich gegen der gekommen bin. Oh, lol. Ich habe mein Dingens dargestellt. Weißt du? Ich habe mein Dingens dargestellt. Es liegt okay. Auf die Dingens. Meine Erfahrung. Toys. Toys. Toy Story. Hey. Toys. Sorry. Hauptsache, das ist ein Sapling. Was ist das? Oh, was? Das ist für Gneisse. Ich wette, das ist Tupsan. Das ist ein richtig armer Ding. Nee, das ist nicht meins. Das ist Talo für Arme. Das ist selbst Tups. Das gibt eine Kacke von mir. Alter, das passt einfach nicht rein. Das ist für Arme. Guck mal, das ist was für ein Regenunterständer. Die konnte sich nicht bei einem vierten Ständer lassen. Ich habe versucht, Leute. Ich weiß nicht, was ein Trailer aussieht. Oh, cute, wannabe. Äh, ist das? Lol, was ist das? Hä? Alter, was? Hä, wo ist denn hier ein... Achso, lol. Man kann auf der Seite rein. Inside. Auch auf der Seite kann man rein. Hä? Es geht gut, es geht gut, es geht gut, es geht gut, es geht gut. Wegen Zug? Es geht noch okay. Es geht gut, weil es ist besser als die Folgen. Wieso meins? Hahaha. Ähm. Oh, dang. Oh, dang. Mama. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ja, das ist super komisch. Komm mal, das ist meins. Für die, für die Zeit. Für die Zeit. Hast du wirklich geschafft, das zu kopieren? Wir sind hier, die warten auf der Zugzug um vier Nachts und sind schlecht gelaunt. Okay, es kriegt ein okay, es kriegt ein okay, weil es topst ist. Ich gebe dir einen Kacker, weil du es bist. Sonst hätte ich Superfuck gegeben. Hauptsache, der singt so ein Monster. Nee, Spaß, ich habe okay gegeben. Hauptsache, der singt so ein blaues Monster. Und so ein FBI-Typ. Was ist das? Ah, Superfuck. Aber die Dings ist eigentlich ganz nice. Die, äh, Schiene. Schiene, ja. Aber warum schwarze Wollerspot? Warum? Ja, der Boden, keine Ahnung, ist komisch aus. Da hätte er sich noch ein bisschen Mühe geben, aber ich bin jetzt, äh... Ja, so ist es schon... Ja, bei mir, ich muss erst mal die, die, die Dings haben, das muss ich erst mal herausfinden, wie es funktioniert. Hätte ich das gewusst? Hättest du das ganz schnell gemacht. Hättest du doch nur ein Dings machen. Alter, was ist das? Was ist das? Wie soll man da fahren? 90% Haus, würde ich sagen. Oha. 90% Haus. Nee, aber das ist ein richtiges, so ein richtiges, altes Bahnhof. Ja, vor allem, stell dir mal vor, wie soll denn der Zug bremsen? So zickzack. Hä, aber ich verstehe die, ich verstehe die, die Dings an sich nicht. Die, die Rails. Ich verstehe die Rails auch nicht. Ich bin echt neu geworden, dass der Artkit erwartet. Okay, was ist das? Ja, geil. Was ist der Zug? In deinem Ländersatz. Ach, da soll der Zug sein. Hä? Nee, das finde ich nicht gut. Das ist kacke. Nee, es ist kacke, weil es das Thema getroffen hat. Das sah aus wie ein großer, schwarzer Wurm einfach. Das ist ein Wurm. Vor allem einfach mit so Dings. Ist nicht mal was drin. Er hat nicht mal unten was gebaut. Flieg mal unten drunter. Der fliegt. No, der fliegt wirklich. Aber vielleicht ist so ein Magnetzug wie in Japan. No, das ist der Meister. Das ist der Meister. Das ist safe von dem. Das ist safe von dem. Was? Der kriegt auch liegen. Der kriegt auch liegen. Der wahrscheinlich. Das ist episch. Der gewinnt wahrscheinlich und ich bin zweiter. Ich wahrscheinlich. Jo, was ist das für eine Kacke? Das ist der Arke. Ja, der hat wahrscheinlich irgendwie die... Der hat das safe gepastet. Der hat das safe gepastet irgendwie. Ja, ist auch liegen. Ja, ich bin zweiter wahrscheinlich. Ja, der ist auch ein Meister. Guck, das ist doch nice. Okay, das kriegt gut, ja. Du kannst du gern zugreifen. Das ist ein Leiter. Ich bin immer noch bei dem Ander. Okay, ich bin gecrasht. Wirklich? Mein Spiel ist gecrasht, alter. Ja, der Zug ist geil, ja. Ich kann halt direkt übelst. Ich höre euch nur so raus. Ong. Topes ist beigetreten. Äh. Die geben Kacke. Was ist los mit denen? Ja, gut gegeben. Es geht. Es ist bei ihm ein besserer, ja. Was bin ich? Ich bin zweiter. Äh, GG. Leute, der hat 165 Punkte, okay. Yeah, nice. Lasst es like und auch wieder für mehr Minecraft Master Builders mit guten alten Tobias. Und ja, Tops, willst du noch irgendwas sagen? Tops? Haha, Momendade schmeckt gut. Ah, ja, das ist ein Abon, ein Like da. Ich habe Hunger, ich bin schon wieder. Und tschau. Amazing. Oh. Wow. Genau. Bis zum nächsten Mal.